TAPSTRAP Auf den ersten Blick sieht dieses Gerät wie ein kleines Band aus, aber in Wirklichkeit ist es eine neue Generation an Tastaturen. Die Erfinder haben mit dem Gadget möglich gemacht, auf jede Oberfläche zu tippen. Um die Tastatur zu benutzen, müsst ihr das Gerät nur in die Hand nehmen und auf irgendein Objekt tippen. Das Gerät erkennt die Bewegungen und wandelt sie in Symbole um. Ein einfaches Klopfen wird als Vokal erkannt und komplexere Kombinationen werden genutzt, um Konsonanten zu schreiben. Insgesamt gibt es 31 Kombinationen, durch die der Benutzer Text mit einer Genauigkeit von 99% eingeben kann. Das Gerät ist außerdem mit einem Autovervollständigungssystem und einer Texterkennung ausgestattet. Auf den ersten Blick sieht das System eher unbequem und verwirrend aus. Man muss sich aber nur daran gewöhnen und schon kann man die Vorteile der ungewöhnlichen Tastatur nutzen. TAPSTRAP ist ein sehr nützliches Hilfsmittel zur Eingabe von Texten, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt auf dem Bildschirm zu sehen. Die Entwickler wollen das Gerät für 119 Dollar verkaufen. Splash Drone 3 Diese Drohne ist das modernste unbemannte Luftfahrzeug der Welt. Es ist die erste vollintegrierte modulare Flugplattform. Dank einer neuen Flugsteuerung ist das Flugzeug zuverlässiger denn je. Der Antrieb ist vollkommen neu. Es hat 620 Kilowatt Motoren und garantiert eine ideale Balance zwischen Kraft und Effektivität. Das Luftfahrzeug funktioniert bei jedem Wetter unabhängig von den Bedingungen. Die Splash Drone 3 ist dank der durchdachten Konstruktionen außerdem für alle möglichen Reisen geeignet. Das Gadget kostet 1700 Dollar. Omnifall Diese smarte Hülle erhöht die Batterielebensdauer eures iPhone 7. Die Hülle hat einen voll funktionstüchtigen Lightning-Anschluss, mit dem ihr Musik hören und das Smartphone an den Computer anschließen könnt. Die integrierte Batterie der Hülle hat eine Leistung von 2800 mAh pro Stunde, was die Arbeitskapazität der iPhone-Batterie verdoppelt. In Notsituationen, wenn man keine Steckdose hat, kann das Gerät sehr nützlich sein. Omnifall kostet 39 Dollar. Sound Heroes Das ist der futuristischste Bluetooth-Lautsprecher auf dem Markt. Jede Ecke des Gerätes wurde von Hand poliert, sodass es einen polygonalen Look mit scharfen Kanten kombiniert. Zusätzlich zu seiner Hauptfunktion ist Sound Heroes auch eine drahtlose Ladestation für euer Smartphone und ein Gerät, um das WiFi-Signal und einen Subwoofer zu verstärken. Zusätzlich kann das Gadget seine Farbe ändern und für einen coolen Effekt beim Musik abspielen Dampf ablassen. Der Preis für den Lautsprecher ist 150 Dollar. Smart Circle Dieses elektrische Fahrrad ist das leichteste und kompakteste seiner Art. Es lässt sich leicht zusammenklappen und kann problemlos in einen Rucksack transportiert werden. Das Fahrrad wiegt nämlich nur 7 Kilogramm. Der Rahmen des Fahrrads besteht aus Materialien, die auf Kohlefaser basieren, weswegen es ein Gewicht von bis zu 100 Kilogramm tragen kann. Das neue Bike hat außerdem eine Samsung-Batterie mit 36 Volt, die im Sattel integriert ist. Das Fahrzeug kann in 2 Stunden voll aufgeladen werden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 19 kmh. Das Baby ist für 800 Dollar zu haben. Electric Skate Mit diesem tragbaren Controller könnt ihr auf 4 einzigartige Geschwindigkeitsmodi für euer Skateboard zugreifen. Jeder Modus hat seine Besonderheiten für Geschwindigkeit und Bremsen, sodass das Gerät für Anfänger und für Fortgeschrittene geeignet ist. Das Board kann in 45 Minuten voll aufgeladen werden, aber selbst wenn man kein Ladegerät hat, kann das Skateboard wie gewohnt benutzt werden. Das Produkt kostet 400 Dollar. Follow Grams Follow Grams ist ein ziemlich kleines und sehr komfortables Gerät für jedes Kinderspielzimmer. Gefaltet sind seine Maße 19,8 x 18,8 x 19,8 cm und ausgefaltet und angestellt sind die Maße 27,4 x 18,8 x 30,5 cm. Das Get-Hit ist kompatibel mit iOS und Android Geräten und verbindet sich über Bluetooth mit ihnen. Follow Grams ist außerdem mit einer speziellen App zum Hochladen von Fotos oder anderen Bildern ausgestattet. Unter anderem könnt ihr hier mehrere Filter benutzen, mit den Farben spielen oder die Fotos drehen. Über den Projektor werden die Bilder von der App auf Papier übertragen. Das praktische Gerät kostet 65 Dollar. Safe Brick Dieses smarte Gerät verbindet sich mit eurem Auto und hilft euch, die Situation auf der Straße zu kontrollieren. Beim Fahren kann man sich leicht ablenken lassen und Verkehrszeichen oder andere wichtige Informationen übersehen. Safedrick hilft euch unterwegs, indem es euch Informationen über Geschwindigkeitsbegrenzungen, Straßenarbeiten oder eine naheliegende Schule liefert. Das Gerät kostet 65 Dollar. BeatWare Setzt man sich dieses Gerät aufs Handgelenk, dann kann es eure Musik in taktile Empfindungen umwandeln. Das Gadget nutzt die fortschrittliche HD-Audio-Haptik-Technologie, die ursprünglich für die Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt wurde. BeatWare BeatWare spielt Video und Audio in sehr hoher Qualität ab, sodass Benutzer die Schwingungen der Musik fühlen können. Das Gerät kostet 129 Dollar. Fixo Diese smarte Disc enthält eine Reihe spezieller Apps, die in unterschiedlichen Kategorien unterteilt sind, nämlich Uhr und Kalender, Karten und Wetter, Heimat und Sicherheit, Gesundheit und Wellness, Kommunikation, Foto und Video. Dank der Fernbedienung automatisiert das Gerät die Arbeit eurer Heimgeräte, während sich dieselbe Disc mit eurem Smartphone verbindet. Fixo kann für 249 Dollar V bestellt werden. Fixo kann für 249 Dollar V bestellt werden. So wir brauchensstu intest zoning